Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Heute in 14 Tagen, da ist bereits Heiligabend. Natürlich möchten wir heute schon wissen, wie wird das Wetter an Weihnachten. Eine exakte Prognose können wir natürlich noch nicht abgeben, aber es gibt das Wettermodell vom amerikanischen Wetterdienst Noah. Und das geht bis 14, teilweise 15 Tage in die Zukunft. Aber natürlich wird auch dieses Wettermodell alle sechs Stunden neu berechnet. Und dementsprechend gibt es Richtung Weihnachten immer wieder Änderungen in der aktuellen Prognose. Aber es ist natürlich spannend und es macht Spaß, sich immer wieder die aktuelle Prognose und den Stand anzuschauen. Momentan ist es ja relativ stürmisch, regnerig und auch sehr warm. Und da stellt sich natürlich die Frage, geht dieses milde Westwetter bis Weihnachten weiter oder hält es vielleicht sogar an Weihnachten an? Das schauen wir uns gleich mal mit dem aktuellen Stand etwas genauer an. Doch zunächst ein Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Dienstag. Und wir sehen, es wird kurzzeitig mal etwas ruhiger. Da kommt so ein Hoch hereingezogen mit dem Namen Tatjana. Und dieses Hoch bringt uns heute in Deutschland mal ruhiges Wetter, ab und zu Sonnenschein. Aber hier auf dem Atlantik, da liegt schon wieder das nächste Tief bereit. Und das bringt uns am Mittwoch viele Wolken, teilweise Regen. Lokal auch mal bis in mittlere oder tiefere Lagen etwas Schnee, Regen oder Schnee. Aber meist kommt unten nur Matschwetter an. Von einem Wintereinbruch sind wir auch morgen am Mittwoch relativ weit entfernt. Und das hier ist der Temperaturtrend für Frankfurt am Main. Und wir sehen heute und morgen und auch am Donnerstag Temperaturen am Tag um 5 Grad. Aber dann zum dritten Advent, da ziehen die Temperaturen wieder deutlich an. Teilweise Werte am Samstag und Sonntag um 10 Grad. Und von Frost kann man auch nachts keine Rede mehr sein. Und auch der Trend bis zum 23. Dezember, der sieht mild, mild, mild aus für Frankfurt am Main. Bis zum 23. Dezember teilweise Temperaturen um oder über 10 Grad. Und auch von Nachtfrost fehlt zumindest in Frankfurt am Main jede Spur. Ja und es gibt auch immer wieder recht viel Wind. Vor allen Dingen Richtung drittes Adventswochenende. Teilweise einzelne Sturmböen bis zu 75 Kilometer pro Stunde. Das zumindest in Frankfurt. Woanders kann es auch mal am Wochenende 80 oder teilweise 90 Kilometer pro Stunde geben. Und das hier ist der neuste Blick auf die Großwetterlagenkarte für Heiligabend 2019. Weiterhin haben wir es mit einem Hoch zu tun. Aber dieses Hoch ist heute etwas weiter nach Süden berechnet worden. Und ein Tief kommt mehr aus Norden heran. Ja und das ist dann schon wieder eine recht spannende Wetterlage. Denn ganz so mild soll es nun nicht mehr werden. In der Höhe, da strömt nach Deutschland wieder etwas kühlere Luft herein. Aber auch demnach würde es wohl mit einem weißen Heiligabend nichts werden. Denn meist wenn was fällt, da würde es unten als Regen ankommen. Und das hier ist der aktuelle Trend für die Wetterlage am 25. Dezember. Also am Weihnachtstag am 1. Und wir sehen hier ist Deutschland. Und wir sind quasi eingekesselt von Tieftrückgebieten. Aber auch von einem Hoch und wir mittendrin. Da ist also noch sehr viel Spielraum beim Wetter am ersten Weihnachtsfeiertag. Hier mal die Temperaturen am ersten Weihnachtstag in 1500 Metern Höhe. Ja und wir sehen hier ist wieder Deutschland. Temperaturen im Norden in 1500 Metern Höhe. So 0 bis minus 4 Grad im Süden eher im positiven Bereich. Also wenn was rauskommt aus der Wolkendecke, dann wird es wohl meist Regen sein. Weiterhin grüne Weihnachten und keine weiße Weihnachten in Aussicht. Und zum Schluss noch mal ein Blick auf die Ensemble-Veuersage. Diesmal für den Südosten. Und wir sehen es geht insgesamt relativ mild weiter Richtung Weihnachten. Hier aber dann um Weihnachten wird es relativ spannend. Vor allen Dingen diese eine Berechnung hier, die ist ja wirklich sehr lustig. Teilweise Temperaturen dann um minus 20 Grad. Unmittelbar um oder nach Weihnachten. Und ja, das ist eine sehr spannende Berechnung. Aber die meisten Läufe bleiben doch knapp über 0 Grad. Also eher im milden Bereich. Aber immerhin eine recht nett anzusehende Berechnung. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt auch dran, bitte abonniert unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.